Endlich! Leute! Ich hab's endlich geschafft! Nach ein paar tausend Jahren gefühlt, hab ich's geschafft, mit diesem Wagen da hochzufahren. Und dann ordentlich zu lang. Und jetzt versuch's aber mal, komm mal zurück! Das war schiefgelaufen. Aber Leute, richtig krasser Trick, den ich hier grad gemacht hab. Und deswegen würde ich sagen, lasst dafür ein Like und ein ganz fettes Abo da. Und dann, dass ihr noch mehr von diesen krassen Tricks und Trailmakers sehen könnt. Und das war's für heute. Und das war's für heute.